Rechte in den Knallern Geht das an? Clash ist da, am... Hi Clash Was machst du denn? Was machst du denn so? Also das ist auch nicht zu scharfe halt Ja, ja, ja Auf allem über die Distance Fuck, ich hab sie verfehlt Okay, ich schieße nochmal, ich schieße nochmal Schieß auf ihre Beine dann Ah, fuck, es ist immer da Fuck, natürlich erwischt die mich Was? Oh Junge, was machst du so schaden gefasst, ey Gehst du jetzt hoch, Lu? Ja, ja Pass aber auf, ich glaub irgendwer ist oben Aber ich bin mir nicht ganz sicher Gute? Auch gut Pass links auch in der Ecke Warte mal, kann ich irgendwie cams? Nee Jona hat echt Probleme mit Clash Links rum LoL Geh Lu, wir müssen Bei B scheint niemand zu sein Ey, bei A Oder? Jona ist defused 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 We need to locate a bar. Altenclash ist echt anstrengend. Ja, das ist so... Drausen, Mann. Dann sind sie Küche. Nee, die können doch noch mal ganz oben holen. Nein, können sie nicht mehr. Das ist jetzt ihre dritte Runde. Ah, von der Zeit wollen wir nicht. Küche ist auch ein Teil drin. Nee. Küche. Die haben schon wieder Echo. Fro... Was? Was macht die da eine Frosttrip hin? Da kann man nicht mal rein als Angreifer. Das ist echt das nutzloseste Fenster im ganzen Spiel, weil das ist wirklich nur dazu da, als Angreifer zu spawnpicken. Ja. Müssen wir das taktisch machen. Ja. Das ist so eine Runde Scheiben. Ja, gehen wir drum. Da ist Clash, würde dahinten. Red back. Frost hat hier kaputt gemacht. Nee, irgendwie nicht. Nee, weil dann gehe ich durch die Garage räumen und aufhalle ich da nicht. Bei B macht Frost irgendwo Peak um die Ecke. Da war irgendwie Kontakt. Oh Gott. Ich bin mal ganz bestört und gehe aufs Dach hoch. Ich bin mal ganz bestört. Nee. Hi Clash. Hi. Will. Hä, die kam durch die Garage. Die ist irgendwie runter gegangen. Mira war in der Garage. Jetzt habe ich gemacht. Mira ist tot. Ja. Ja. Reloading! Oh, da ist ein Feldfahrt hoch. Bei mir schweißen dringend. Ja. Oh, warte. Ich habe ja noch eine. Reloading! Reloading! Warte mal was. Oh mein Gott, Clay. Es ist so nervig. Es ist echt nervig. Es war auch schief. Hm, ganz gut. Benni. Schau mal vor der oben runter. Schwer kaum zu machen, Coach. Das ist deine Siedlung. Ja. Über dir ist Clash. Ja, mir egal. Oh, so gut. Alter, das ist so AIDS einfach nur. Also der Charakter, Alter. Ich auch. Ja. Wusch. Ja. Wusch, geh rein, geh rein. 10 Sekunden. Mach mal kurz. Puh, fuh, fuh, fuh. Was, Echo da oben? Jetzt müssen wir wieder verteidigen, gell? Ja. Okay. Barage. Ja. Spiel irgendwer muss wem in nem Jammer oder so spielen. Ja, ich... Knut. Okay, ich bin jetzt das erste Mal richtig tryhardig und spiel die MP5 auf Rook. Ich bin tryhardig und spiel die MP5. Ja, weil ich sonst noch die P90 spiel. Schau, frech, Alter. Ja. Hä, ich hab... Jetzt hätten wir zwei Teammates, das wär viel neu gewesen. Ist so. Ist so. Weil die sind ja so los, der eine hat null Kills noch. Ich glaub, das ist Echo. Ich hab vergessen, Echo auf das Ding zu machen. Das ist doch nicht Depp. Ich mach die Hedges. Nö, von mir auf. Äh, Hedges bauen wir halt noch. 5 Sekunden left. No. Ich hab beide Hedges. Jona, warum bist du da oben schon wieder? Warte mal. Die Flamante kommt durch Garage, ey. Wo? Wo? Ich kann hinten sitzen. Warte mal. Ich bin gleich da unten. Wie habe ich aufdenken können? Zu spät. Du KB ist scheiße und hat Diffuser. Ja. Und jetzt geh hoch und bewache einfach den Diffuser, wie wäre das? Nein, ich weiß nicht, wie du es löst. Ja, kommen wir. Hä, was ist hoch? Wo ist denn der Diffuser? Oh, in oben. Ja, so oben. Oh, krass. Oder bei dir oder? Ja. Ich schau mal. Ja, ich schau drauf. Nee, ich seh niemand. Was ist das denn? Ja, unten schimmeln sie. Okay, irgendwer kommt hoch. Im Haupteingang kann das... Nee, ich hab nicht mehr. Die sind auf der Treppe irgendwo. Ja. Oh, jetzt bin ich weiter. Ich schau noch mal Klamm. Kann man noch jemanden verziehen? Ich weiß nicht, dass er in Diffuser der Blinden kann. Ja. Danke. . Wichtig, ich hab auch noch... Gut. Alter, hier ist es ganz stark. Cool, alter. Zum Glück war du Cabby komplett los. Und das hat komplett veraimt. Was war Glück? Leider. fui jetzt noch einmal angreif, einmal noch einmal. lasse oben lasse oben stellen da fragt da denkst du sie sind wieder garage meinst du das ist jetzt ein richtiges gamble die sind diesen kirche diesen kirche du hattest recht kapitel Oh, ja, stimmt. Capitau wäre jetzt so scheiße, stimmt, Capitau wäre jetzt echt scheiße gut gewesen, hätten wir sofort planten können. Ja, ja. Ja, das ist so gut. Aha, habe ich gesehen. Ich check gerade mal das Dach aus. Ich habe keinen Plan, von wo aus Frosty auch gemacht. Wer ist hier? Ich gehe hoch. Niemand von uns, Lu. High Frost. Das waren die Schüsse. Bei mir um ist Frost, äh, Clash. Nirgendwo. Ich schieße hier gerade nur schon mal meine Dinger raus, damit ich gleich flash. Du kannst halt nicht schnell genug wechseln, das fuckt so ab. Gut. Okay, Jungs, komm. Lasst runterstellen. Echo ist, glaube ich, noch im Raum. Mira hat! Mira, Echo ist im Raum. Fuck, Fust! Die kommt für mich, die kommt für mich. In welchem Raum? Im, im, im anderen. Ja, der ist da. Oh, fuck. Ich habe mich hier. Ich bin hier. Komm, ich schaue es zu. Ella. Oh mein Gott. Lu. Komm, die kommt. Revibe mich einfach. Du kannst ihn doch selber revifen, Mann. Nein, nicht wenn ich in der Frosttrap bin. Ich bin der Frosttrap. Ja! Jungs! Ja, der Steuer, los. VerIZE. Oh, shit.